Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt kamen ja einige Zeit lang keine Videos mehr. Das lag daran, dass wir sehr beschäftigt damit waren, das Hörbuch für den Führerschein Klasse B fertig zu stellen. Dieses sollte in wenigen Tagen für dich online zur Verfügung stehen. Du kannst da jetzt schon mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Ich werde dann den Link in die Videobeschreibung packen, damit du noch schneller und besser auf deine theoretische Führerscheinprüfung vorbereiten kannst. Im heutigen Video erkläre ich wieder etwas zu 36 Fragen aus dem Zusatzstoff der Klasse B. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Fahrbahn von 2 Meter Breite. Auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 Meter zu anderen Fahrzeugen. Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 Meter überschreitet. Also ganz klar, rund und rot ist ein Verbotszeichen. Dementsprechend ist die letzte Antwort richtig. Mit der Fahrbahnbreite selber hat es nicht zwingend was zu tun. Es ist einfach ein Verbotszeichen. Und wenn hier schon in der Antwort steht Verbot, dann kann das ja nur richtig sein. Durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen? Länge 4 Meter Breite 2,5 Meter Höhe 2,5 Meter Länge 10 Meter Breite 3,9 Meter Höhe 3 Meter Durch Fahrzeuge mit folgenden Abmessungen einschließlich Ladung Länge 8 Meter Breite 2,5 Meter Höhe 4 Meter Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren? Pkw mit Wohnanhänger Gesamtlänge des Zuges 11 Meter Traktor mit Anhänger Gesamtlänge des Zuges 12 Meter Lkw mit einer Länge von 9 Meter einschließlich Ladung Ja, also hier musst du aufpassen, das sieht zwar aus wie ein Lkw, aber gemeint ist es eine Fahrzeugkombination, die länger ist als 10 Meter Und da ist auch der Pkw mit Anhänger drin, ja, 11 Meter Und auch der Traktor mit 12 Metern Also auch hier mit dem Lkw ein bisschen verwirrend Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf das Ende der Kraftfahrstraße Auf eine vorübergehende Sperrung der Autobahn Auf das Ende der Autobahn Ja, das ist das Ende der Autobahn Hast du das gleiche Schild ohne roten Balken, dann sagt es dir, dass du auf eine Autobahn drauf fährst Und das ist einfach das Ende Also Autobahn auf gar keinen Fall, sah ja anders aus Verbot für Kraftwagen wäre ja ein rundes rotes Verkehrszeichen Dementsprechend kann es nur das Ende der Kraftfahrstraße sein Das ist ein blaues Verkehrszeichen, also Na gut, ich sage nichts, das weißt du bestimmt schon Auf die Nummer einer Autobahn Auf die Nummer einer Europastraße Auf die Entfernung bis zur nächsten Tankstelle Also ich hoffe, du weißt es, weil ich habe es schon tausendmal in anderen Videos erklärt Alles, was so blau ist, hat mit der Autobahn zu tun Und dementsprechend ist es nur die erste Antwort, die richtig ist Worauf weist die Zahl 26 in diesem Verkehrszeichen hin? Also auch wieder Autobahn Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf-Behnrad Auf die A26 Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26 Also das ist tatsächlich die Autobahnausfahrt Nummer 26 Wenn das Navi zum Beispiel sagt, verlassen Sie die Autobahn bei der Ausfahrt 26, bla 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 Dann ist vielleicht die Zahl einfacher zu merken als diese ganzen Ortschaften hier Also klar, U-Bahn ist Quatsch Bundesstraße wäre gelb Und dementsprechend kann es wieder nur die letzte Antwort sein Mit der Autobahn Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Freie Wahl markierter Fahrstreifen für alle Kraftfahrzeuge Also das wäre zum Beispiel eine Na gut, ich lasse jetzt mal die Antworten vorlesen Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde Also wir haben ja hier ein Ortsschild Das bedeutet, dass du ab diesem Verkehrszeichen dich in einer Ortschaft befindest Und innerhalb geschlossener Ortschaften haben wir natürlich eine Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh einzuhalten Und wir haben auch eine freie Fahrstreifenwahl auf markierten Fahrstreifen Allerdings nur für Kraftfahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen Das heißt, große, schwere LKWs zum Beispiel oder etwas größere Wohnmobile haben auch hier Rechtsfahrgebot Und du zum Beispiel mit deinem kleinen Auto oder Roller oder Motorrad Du darfst durchgängig jeden Fahrstreifen befahren Was ja außerhalb geschlossener Ortschaften nicht erlaubt wäre Und hier die erste Antwort, die ist falsch Denn wie gesagt, für alle Kraftfahrzeuge gilt das Ganze nicht Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Also gleiches Verkehrszeichen wieder, wir sind in einer Ortschaft Parkende PKW dürfen mit der Parkleuchte gesichert werden Überholen darf nicht durch Hupen angekündigt werden Bei Dunkelheit darf mit Standlicht gefahren werden Okay, also das haben wir auch schon mal gehabt Die Parkleuchte darf innerorts benutzt werden Die Parkleuchte ist praktisch das Standlicht nur auf zu der Fahrbahngewandenseite Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Einbahnstraße links stehst Dann drückst du den Blinker einfach beim Parken nach rechts Und dann wird die Parkleuchte auf der rechten Seite gesetzt Das musst du machen, wenn innerorts keine ausreichende Straßenbeleuchtung vorhanden ist Also sprich in München zum Beispiel eigentlich nie Aber das musst du wissen So, überholt darf nicht durch Hupen angekündigt werden Genau, das ist richtig Außerorts darfst du ja, innerorts auf gar keinen Fall Und bei Dunkelheit darf mit Standlicht gefahren werden Nein, grundsätzlich darfst du nicht mit Standlicht fahren Das war auch übrigens der erste Grund Warum ich jemals im Auto von der Polizei angehalten worden bin Weil ich außerdem mit Standlicht gefahren bin Das war ganz witzig Weil von innen sieht die Armatur nämlich Ist alles beleuchtet Also von innen schaut eigentlich alles in Ordnung aus Nur von außen sieht es jeder Dass du natürlich damit Standlicht durch die Gegend guckst Wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse geparkt werden? Genau, die 2,8 Tonnen, die musst du dir merken Wenn das Parken auf den Gehwegen erlaubt ist Ich wette, die Frage kommt später gleich nochmal Dann nur mit Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen Aber hier ist die Frage, wie hier geparkt werden darf Wohnwagen entsprechend der Abbildung Kleine Pkw auch quer zur Fahrtrichtung Pkw entsprechend der Abbildung Also natürlich entsprechende Abbildung Wohnwagen, das gilt auch für Wohnwagen Aber natürlich nicht quer Also so wie es hier auf dem Bild beschrieben wird Sie brauchen Hilfe auf der Autobahn Welche Information gibt Ihnen dafür der Pfeil am Leitposten? Nächste Ausfahrt in Pfeilrichtung Nächste Notrufsäule in Pfeilrichtung Nächster Parkplatz in Pfeilrichtung Das ist die Notrufsäule Was müssen Sie über Katalysatoren wissen? Ah, okay, das ist eine technische Frage Das kannst du dir nicht einfach aus den Fingern ziehen Das musst du wissen Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator Kann beim Anspringen des Motors Keine Schäden verursachen Beim Anspringen des Motors Nach vielen vergeblichen Startversuchen Kann der Katalysator beschädigt werden Beim Anschleppen des Fahrzeugs Kann es zur Zerstörung Oder Beschädigung des Katalysators kommen Also stell dir vor Im Abgastrakt vom Auto Ist ein sogenannter Katalysator Kat hast du vielleicht schon mal gehört Das ist ein Ding Das besteht aus zwei Edelmetallen Sieht aus wie eine Bienenwabe von innen Und bei einer sehr hohen Temperatur Sorgen diese Metalle dafür Dass die Stickoxide umgewandelt werden In andere Äh Also Kohlenstoff, Monoxid Umgewandelt werden In andere Gase So und Wenn du jetzt versuchst zu starten Und der Motor startet aus irgendeinem Grund nicht Dann gelangt unverbrannter Kraftstoff In den Abgastrakt Und sollte es dann irgendwann zu einer Zündung kommen Dann hast du hochexplosiven Kraftstoff In deinem Abgastrakt Und wenn es dann zündet Dann haut es dir dieses Bienenwabengeflecht Eventuell raus Und das ist ganz schlecht Denn damit ist der Kat Durchge- Also hat keine Funktion mehr Und das kannst du auch so nicht mehr beheben Dann brauchst du einen neuen Du würdest auch die Hauptuntersuchung Beziehungsweise die Abgasuntersuchung Damit nicht mehr bestehen Genau Und das solltest du wissen Wodurch können sie Kraftstoff sparen Wenn sie ein Kraftfahrzeug mit automatischem Getriebe fahren Möglichst oft in der Stufe P fahren Nach Möglichkeit auf den Kickdown verzichten Beim Fahren im Stadtverkehr Den Wellhebel immer auf die kleinste Fahrstufe stellen Okay das werde ich jetzt auch erklären P ist natürlich Quatsch P steht für Parken Also mit P zu fahren Das wird nicht funktionieren Der Kickdown Das bedeutet bei einem Automatikfahrzeug Wenn du das Gaspedal voll durchdrücken würdest Dann gibst du so einen kleinen Schalter Den legst du Also sobald du durchdrückst Macht das Auto einfach einen Schaltvorgang Und zwar in den möglichst kleinsten Gang Damit hast du die höchste Leistung Und das Auto verbraucht natürlich am meisten Kraftstoff Aber du kannst natürlich damit auch am besten beschleunigen Wodurch lässt sich Kraftstoff sparen Nach Kickdown vermeiden Ja das ist richtig Okay Also ein Kickdown ist einfach die höchstmögliche Beschleunigung Beim Fahren im Stadtverkehr Den Hebel immer auf die kleinste Fahrstufe stellen Das wäre blöd Das wäre der erste Gang Und wenn du in der Stadt die ganze Zeit im ersten Gang fährst Dann verbraucht das Auto extrem viel Kraftstoff Wodurch können sie die Umweltbelastung verringern? Durch Bilden von Fahrgemeinschaften Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau Durch Meiden von Verkehrsspitzen Das ist alles richtig Umso mehrere Leute ein Auto nutzen, desto besser Stau, also sprich das Anfahren verbraucht am meisten Kraftstoff Und Verkehrsspitzen, das hat ja eigentlich was mit Stau zu tun Also sagen wir mal nachmittags um 5 oder sowas In der Stadt rumzufahren Ist jetzt nicht so geil Wodurch erhöht sich der Kraftstoffverbrauch ihres Pkw? Durch Dachgepäckträger oder Skihalter? Durch zu hohen Reifendruck? Durch Mitführen unnötiger Gegenstände? Also alles was den Luftwiderstand beeinträchtigt Beziehungsweise das Gewicht erhöht Ist natürlich schlecht für den Kraftstoffverbrauch Zu hoher Reifendruck im Gegenteil Wenn der Reifen härter ist, also stärker aufgeblasen Dann verringert sich sogar der Kraftstoffverbrauch Wie können Sie Kraftstoff sparen? Oder Skihalter abnehmen Das ist natürlich richtig Da haben wir auch wieder Aufbauten, die uns abbremsen Tatsächlich die Musik Aber auch die Sache mit dem Motor Und du darfst sogar Es ist sogar verboten Innerorts in Deutschland mit dem Kraftfahrzeug zu fahren Ohne Grund mit dem Kraftfahrzeug zu fahren Also unnötiges Umherfahren Das heißt, wenn die Polizei dich irgendwann aufhalten sollte Und fragt dich dann Das fragen sie normalerweise immer Wo fahren sie her? Mein Gott Wo kommen sie her und wo fahren sie hin? Dann solltest du auf gar keinen Fall sagen Ja, ich fahre nur einfach so zum Spaß durch die Gegend Sondern dann sagst du Lass dir irgendwas einfallen Du fährst zum Drive-in Oder du gehst deine Oma besuchen Irgendwas Aber sag auf gar keinen Fall Du fährst einfach nur so zum Spaß Welches Verhalten ist umweltbewusst? Bei Stau den Motor abstellen An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen Park & Ride Fahrgemeinschaften bilden Also auch hier alles richtig Stau Motor abstellen Wenn du nicht brauchst Dann wollen sie natürlich Dass du möglichst nicht mit dem Auto fährst Sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln Und Fahrgemeinschaften bilden Haben wir ja auch schon gehabt Umso mehrere Leute ein Auto nutzen Desto besser Wie kann Lärm vermindert werden? Durchfahren mit hoher Motordrehzahl Durchfahren im vierten oder fünften Gang in Ortschaften Durchfahren mit hoher Geschwindigkeit Also wie kann Lärm vermieden werden? Es geht mir davon aus Du fährst Innerorts 50 oder 60 Je nachdem was halt erlaubt ist Wenn ich das Ganze jetzt im dritten Gang machen würde Dann hat der Motor eine höhere Drehzahl Als wenn ich das Ganze im vierten oder fünften Gang machen würde Und umso geringer die Drehzahl Desto ruhiger ist natürlich auch der Motor Dementsprechend kreuzen wir die Antwort hier in der Mitte an Fahr mit hoher Geschwindigkeit Das ist natürlich Blödsinn Das ist natürlich sehr laut Und Fahr mit hoher Motordrehzahl Genau Haben wir ja auch in der letzten Frage schon gehabt Oder vorletzten Frage Wozu führt Powersound im Auto? Also sprich laute Musik Auch bei geschlossenen Scheiben Werden andere durch Lärm belästigt Zu Fahrfehlern durch Ablenkung Signale des übrigen Verkehrs Insbesondere Martinshorn Werden nicht gehört Also Martinshorn ist das Einsatzhorn Dieses Tatütata Um wie viel Prozent erhöht sich Bei Tempo 160 Kilometer pro Stunde Im Allgemeinen der Kraftstoffverbrauch Liter pro 100 Kilometer Eines Mittelklasse-Pkw Gegenüber der Fahrt mit Richtgeschwindigkeit 130 Kilometer pro Stunde Ja Da kreuzt du einfach die höchstmögliche Antwort an Um bis zu 35 Prozent Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft Die Hauptuntersuchung ist neu Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig? Das ist auch ganz wichtig Und zwar ist das so Wenn du einen neuen Pkw kaufst Dann ist es das erste Mal nach drei Jahren Hier ist aber die Frage von einem gebrauchten Pkw Und da ist es dann Nach zwei Jahren Nach zwei Jahren und immer alle zwei Jahre Deswegen steht auch hier extra Dass die Hauptuntersuchung gerade neu ist Ja Dementsprechend zwei Jahre später Sie haben ihren zugelassenen Wohnanhänger Während des Winterhalbjahres Auf einem Campingplatz abgestellt Was gilt hinsichtlich der Hauptuntersuchung? Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten Der auf der Prüfplakette angegebene Termin verschiebt sich um die Standzeit Also natürlich ist der Termin einzuhalten Fertig Wegen Tieferlegung ihres Pkw Ist eine Begutachtung erforderlich Wann muss diese erfolgen? Zusammen mit der nächsten Hauptuntersuchung Spätestens ein Jahr nach Umbau Unverzüglich nach dem Umbau Nach Aufforderung durch die Zulassungsstelle Also du selber musst das natürlich machen Und zwar direkt nach dem Umbau Also egal was du in dem Fahrzeug veränderst Du musst das dann vom TÜV prüfen und eintragen lassen Oder du hast eine ABE dafür Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B Ihr Pkw hat folgende Daten Leermasse 1900 Kilogramm Zulässige Gesamtmasse 2400 Kilogramm Zulässige Anhängelast 1500 Kilogramm Welchen Anhänger dürfen sie mitführen? Ja, ganz easy Also wir dürfen Wir haben eine zulässige Gesamtmasse von 2,4 Tonnen Würden wir jetzt den ganz ganz schweren Anhänger mitschleppen wollen Dann hätten wir ja schon ein Gewicht von 3,9 Das wäre ein bisschen zu viel Würden wir den 1200 Kilo Anhänger mitziehen wollen Dann hätten wir eine zulässige Gesamtmasse von 3,6 Tonnen Also dementsprechend Da du einen Führerschein der Klasse B hast Und dir nur maximal 3,5 Tonnen fahren darfst Ist die einzig richtige Antwort 1000 Kilo Wer das nicht verstanden hat Kann gerne im Videokurs sich das Video zum Thema Anhänger anschauen Da habe ich alle Fragen zum Thema Anhänger aufgeführt Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt ihr Anhänger ins Springen Wie müssen sie sich verhalten? Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern Mit gleichbleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern ausweichen Beschleunigen, um den Zug gestreckt zu halten Also wenn irgendwas nicht stimmt Natürlich immer die Geschwindigkeit verringern Dann bremst der Anhänger auch ab Und alles wird wieder gut Was bezeichnet man als Anhängelast? Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers Die Nutzlast des Anhängers Die tatsächlich gezogene Last Nein, die Anhängerlast ist die tatsächlich gezogene Last Also die, die du gerade ziehst Welche besondere Eigenschaft von Scheibenbremsen Müssen sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen? Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein Als auf trockener Fahrbahn Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein Als auf trockener Fahrbahn Also erstmal solltest du wissen, was überhaupt Scheibenbremsen sind Und zwar sind Scheibenbremsen Ja, die Bremsen an 99,99% aller Autos Also so gut wie jedes Auto hat Scheibenbremsen Es sei denn, du kaufst jetzt ein extrem günstiges Auto Da kann es sein, dass hinten sogenannte Trommelbremsen verbaut sind Und vorne trotzdem Scheibenbremsen Und klar, wenn sie nass sind, dann bremsen sie halt nicht so gut Was erhöht die Gefahr bei schneller Fahrt aus der Kurve zu fliegen? Auskuppeln Bremsen Beschleunigen Was erhöht die Gefahr bei schneller? Okay, also Richtig ist Beschleunigen Egal ob positive Beschleunigung oder negative Beschleunigung Positive Beschleunigung ist Gas geben Und negative Beschleunigung ist Bremsen Damit hast du nämlich Kräfte am Rad Und die können dafür sorgen, dass das Fahrzeug aus der Kurve fliegt Wenn du auskuppelst, also sprich die Kupplung drückst Das solltest du ja normalerweise nicht während der Fahrt tun, wenn du nicht anhältst oder schalten möchtest Dann würden keine Kräfte am Rad übertragen werden Und damit würde sogar diese Gefahr verringert Allerdings, wenn du so schnell eine Kurve reinfährst, dass man das hier machen müsste Also auskuppeln Da hast du schon im Vorfeld irgendwas falsch gemacht Ja, gut Das waren wieder die 36 Fragen für heute Dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video geholfen hat Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du die restlichen Videos dann auch nicht mehr verpasst Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal